Hallo und herzlich willkommen bei EASILUX. In diesem Produktvideo zeigen wir Ihnen die Installation des MDC 360 i8 Mini Bewegungsmelders. Die Installation darf ausschließlich von autorisiertem Fachpersonal unter Berücksichtigung der landesüblichen Installationsvorschriften und Normen ausgeführt werden. Bitte berücksichtigen Sie hierbei die fünf Sicherheitsregeln. Es ist wichtig, dass der Melder freie Sicht auf Personen und deren Arbeitsplatz hat. Die Miniserie ist durch ihre Form und Größe im Raum kaum sichtbar. Wählen Sie für den Einsatzbereich die passende Montagevariante. Störquellen wie zum Beispiel Lüfter und Heizkörper können gezielt durch die mitgelieferte Linsenmaske ausgeblendet werden. Schneiden Sie diese einfach wie gewünscht zu. Die Betriebsspannung des Melders beträgt 230 Volt Wechselspannung. Bitte schließen Sie die Kabel entsprechend der Klemmenbezeichnung und des Schaltplans an. Um den Erfassungsbereich zu erweitern, können Sie weitere Melder parallel anschließen. Anschließend kann die Netzspannung zugeschaltet werden. Jetzt beginnt die Initialisierungsphase. Die Beleuchtung ist während dieser Zeit eingeschaltet. Der Melder ist anschließend sofort betriebsbereit. Die LEDs zeigen nun den jeweiligen Status an. Für die Parametrierung des Melders nutzen Sie bitte die Fernbedienungen Mobil PDI MDI oder Mobil PDI MDI Universal. Diese ermöglichen es Ihnen, die voreingestellten Werte individuell anzupassen. Bitte beachten Sie, dass in diesem Video ausschließlich die Installation des Melders mit der eingeblendeten Artikelnummer beschrieben wird. Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf easylooks.com